Servus Freunde! Servus! Ihr seht's mal wieder. Astjo TV, D, D wie Dani, Doppel D, D, V. Also fast schon, ja, wir haben schon gesagt, fünf Jahre fast schon das große Umher in Droghau am Bikeplatz des MCT. Ja, und da haben wir auch gesagt, machen wir eine große CD-Release-Party. Unser zweites Album, Echte Männer, präsentieren wir da auch. Ja, und das Ganze machen wir natürlich nicht einfach so, sondern wir versuchen natürlich wieder anderen, wenn es vielleicht nicht so gut geht, die nicht, wie wir, jedes Wochenende auf Achse können oder sonst irgendwas machen, was sie vielleicht wollen. Wir helfen denen, die es brauchen. Und dazu haben wir uns heuer wieder mal jemanden ausgesucht und zwar, das ist in diesem Jahr eine Familie aus der Nahen Oberpfalz, Familie Reger. Denen geht's wirklich nicht so gut und das Schicksal hat, ja, fast dreimal, ja, hat zugeschlagen. Und deswegen, ja, unterstützt man die Familie, ich hoffe, mit euch zusammen. Wir helfen zusammen und verbinden die Einnahmen, gehen von diesem OPR, gehen an die Familie Reger. Und da freuen wir uns, wenn wir das dann übergeben können und es ein richtig cooler, guter Betrag ist. Also, feiern wir zusammen, unser Fünfjähriges, mit der TD Relics Party und ganz wichtig, der Lieblings Aktion, Benefits Aktion, am Musikcenter. Tschö! Auch ein Musikant darf manchmal weinen.